Wenn du ein Einkaufsnetz häkelst, gibt es schönere Löcher mit einem Trick. Du brauchst gar nicht so viele Luftmaschen, nämlich drei und in den nächsten Bogen einfach ein halbes Stäbchen häkeln. Also drei Luftmaschen und in den folgenden Bogen ein halbes Stäbchen. Und dann entstehen Häkellöcher, eben für ein Einkaufsnetz, die ein bisschen sechseckig wirken.